Mit Liebe im Herzen und dem Mut, seine Träume zu lieben, ist alles möglich. Das haben Karl-Heinz und Bernd jetzt wieder erfahren. Denn sie, liebes Publikum, haben das Unmögliche möglich gemacht. Sagenhafte 100 Gold- und Platinauszeichnungen durften die bescheidenen Brüder aus der Vogelsbergregion mittlerweile entgegennehmen. Daher bedanken sich die Amigos bei Ihnen mit der Gold-Tour und geben 2018 über 100 Konzerte. In Deutschland und Österreich, in der Schweiz und im Elsass. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets. Gute Laune TV und die Manfred Herklein Veranstaltungs GmbH freuen sich auf Sie. Gute Laune TV